Wo, 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 Jaggans. Jaggans auf 5 Uhr. Wo, wo, da drüben, ja. Ah, in dem Spielzimmer würde ich gern mal rumtoben, weißt du, was ich meine? Ja. Warst du mal im Hinterstübchen? Im was? Im Hinterstübchen, an der Hintertür. Klopf, klopf, bitte öffnen. Nein. Ich bin's? Nein. Mit meinem Penis? Nein. Lebensverändernd. Das ist lebensverändernd. Einmal über den roten Teppich durch den Hintereingang. Und der Haupteingang ist völlig uninteressant. Weißt du, was ich mit Haupteingang meine? Ich rede von Dödel in die Vagina. Kevin, das ist eine äußerst peinliche Unterhaltung. Wieso? Weil deine Freundin meine Schwester ist. Oh. Ja, denk nicht. Denk nicht, wir hätten keine Anpassungsphase gehabt. Anpassung?